Heute bei Our Power. Charlie und Suzette Schaefer haben sich entschieden, Menschen in Not zu helfen und gründeten Acres for Life. Sie unterrichten Menschen in Uganda, in Afrika über landwirtschaftliches Wissen. Ihr Einfluss ist unglaublich und wird sie inspirieren. Die Solo-Künstlerin Mandy Pinto tritt wieder in der Crystal Cathedral auf. Erleben Sie in der Fortsetzung der Predigtreihe Erwecke Gottes Traum in Dir, eine herausfordernde Predigt von Sheila Schuller-Coleman. Wenn der Traum zum Albtraum wird, wache auf. Wenn Sie heute Ermutigung brauchen, haben Sie die richtige Sendung eingeschaltet. Bleiben Sie dran zur besten Stunde im Fernsehen, die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Amen. Amen. Amen.